Es geht um Total Return, zweidimensional natürlich. Ihr habt ja genug, jede Uni in diesem Thema hat sowieso ausführliche Bildungslücken. Es geht um das Thema auch Lehrverkauf, Short Selling. Ich glaube nicht, dass ihr einen Lehrstuhl habt für Lehrverkauf. Eigentlich ist es keine Uni, auch nicht Total Return oder Absolute Return. Das ist dünn besetzt, was mich freut in meiner alten merkantilen Form. Das heißt weniger Konkurrenz. Kapital und den Menschen im Krisenzeitalter. Ich bin sicherlich nicht analytisch oberflächlich. Deswegen habe ich mich etwas beschäftigt mit eurer Uni. Aber es gibt auch so einen Zufall, der mich mit euch verbindet. Erstmal seid ihr im Unicorn-Ranking weltweit top in Europa Nummer 1. Unicorns wisst ihr wahrscheinlich. Unternehmen eine Milliarde Bewertungen und noch private. Also das ist ein fettes Ranking und eure Alumni, they put their money where their mouth is. Das ist so ein klassisches Was-It-Axiom. Das sagt, die stecken Kohle in eure Ventures. Und das sieht man auch in der Dichte an Wagniskapitalfirmen, hier die diesen Events-Sponsoren. Tja, ich bin natürlich, ich möchte wissen, wie wach seid ihr eigentlich, ja? Ich werde euch nämlich eine Frage stellen. Es gab einen Professor, den gibt es heute noch, der ist auch mit euch verbunden gewissermaßen. Das war der einflussreichste, einflussreichste, lebende Management-Denker im deutschsprachigen Raum. Bei dem hat ein Doktorand, der bei euch jetzt ein Uniprofessor ist. Und jetzt kommt gleich die Frage, wer hat an der W, von den WHO-Professoren, und auch ständig unter den Top 100 Ökonomen in Deutschland, wer hat die Bibel zur Preisfindung geschrieben, hebt bitte den Arm, weil wer es erratet, der, saugut, wer? Herbert Simon. Wie bitte? Herbert Simon, Herbert Simon, Simon Kupfer. Der hast du richtig, aber ihr habt einen WHO-Professor, der ist ein Co-Autor. Das ist schon fucking die halbe Miete, aber für die halbe Miete wird nichts bezahlt. Also ich habe keine andere Hand gesehen. Wer? Bingo, ein Buch, super, sonst hätte ich nämlich nächste Frage gestellt. Wer ist seit, war bis Februar 2024 für eure MBA-Ausbildung verantwortlich? Professor Martin Fastnacht, Ranking Nummer 1. Haha, ich liebe Nummer 1. Und als Autor war ich zutiefst deprimiert, weil mein Buch Prinzipien des Wohlstands Nummer 2 wurde auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das hat mich stark gestört in meinem überblasenden Ego. Genau richtig. Du kriegst ein Unter-, äh, Sie kriegen, oder du, äh, eine Unterschrift von mir. Also ihr habt ein tolles akademisches Team. Und ihr habt natürlich, ihr verkörpert sich auch die Hidden Champions in Deutschland. Viele sind sehr bekannt. Ähm, wir haben in Deutschland, mal rein mathematisch, das ist so unter 5 Milliarden Umsatz, aber Weltmarktführer, haben wir mehr als der Rest der Welt zusammen. Also ich mogel ein bisschen, ich ziehe noch die Schweiz dazu und Österreich. Das ist unsere Stärke und das ist natürlich die Stärke dieser Universität, ob das jetzt akademische Forschung ist oder die Umsetzung. Und die sind sogar in der Corona-Krise um 20 Prozent gewachsen. Das ist unbelievable. Wow. Also es wird so ein Töner aus investiver Sicht, das war mal ganz primitiv. Ich bin investiert in Aktien und reinvestiere die Dividende. Man sieht den kleinen Unterschied von 200 Prozent knapp über nur 20 Jahre. Das war mal so richtig, das kriegt ihr auch im Lehrplan mit. Aber um was geht es wirklich in dieser Hedgefonds-Szene? Primär im Absolute Return, Long und Short Bereich. Wir haben ein derartig absurdes Anreizsystem, das Hedgefonds-Manager, so wie im biblischen Kontext, kommt eher jemand, bevor ein Händler in den Himmel kommt, kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr. Aber wenn die Anreizsysteme stimmen, dass du 2 Prozent Management-Fee bekommst und 20 Prozent der Gewinne und das bei einer Rendite zu so 8, 9 Prozent rechnest, verdienst du locker 7 bis 11 Mal mehr als ein normaler Manager. Dabei entstehen natürlich irrsinnige Motivationen und zum Teil in der absoluten Pyramide außerordentlich gute Resultate. Ich habe einen Börsenbrief, der hat eine durchaus akzeptable Performance, vor allem in fallenden Märkten, Corona-Crash plus 58 Prozent, das Portfolio. Aber mir ist jetzt was anderes wichtig. Kein Quartalsverlust seit sieben Jahren, bei zwei Crashs und drei sportlichen Korrekturen. Und im testierten Bereich 25 Jahre ein Verlustjahr, da habe ich so viel gelernt. Von minus 17 Prozent, im besten Jahr 800 Prozent, das geht aber nicht in die Rechnung ein, weil den Erfolg muss ich mit jemandem teilen und kann ihn somit nicht gänzlich für mich beanspruchen. Was ist denn los, Leute? Warum wird das immer so doof geredet, Total Return? Das sind die Zahlen. Wir nehmen den Eureka Hedge Fund Index und vergleichen ihn mit diesem super performanten S&P 500, der den DAX absolut lächerlich macht. Und die Performance, wie ihr seht an der Grafik, locker doppelt so hoch, auch nur in 21 Jahren. Das ist die Champions League. Und jetzt gehen wir in unser Umfeld mal rein. Ihr kriegt, nachher kommt es zum Barcode zum Schluss. Ich mache nochmal ein richtiges, ausführliches Webinar zum Thema, kostenlos natürlich, zum Thema Total Return, Absolute Return. Dann kriegt ihr die Präsentation sowieso. Aber es gibt 26 Faktoren, mindestens 26 Faktoren. Und die gelten primär für die westliche Welt. Also nicht für die established economies, die sind für mich submerging. Demerging economies und viele, nicht alle, aber viele BRICS-Nationen sind Emerging economies. Also das sind die Maledien, die Krankheiten, die Veränderungen, der Paradigmenwechsel der letzten, seit 1980 ungefähr. Ihr könnt euch das anschauen, eure eigenen Gedanken machen. Ich gehe natürlich als Research-Experte, Analyst, gehe ich in die Sachen, die nicht so offensichtlich sind. Es ist eine Zeitenwende. Ich bin wirklich ein tiefer Research-Typ. Ich beschäftige mich außerordentlich viel mit Mathematik. Chaos-Theorie. Und was ihr da vorhin gesehen habt, das sind alles aufreibende Faktoren in der Mandelbrotschen-Chaos-Theorie. Und die Rechnung kommt, sie kommt immer, weil es gibt eine Mittelwertrückbildung. Es ist so sicher, wie mein Puls manchmal höher und niedriger ist. Er findet seinen Mittelwert. Das ist ein banales Naturgesetz, auch in der Mathematik und vor allem in der Wirtschaft. Also 2130 Studien habe ich mir in den letzten drei, vier Jahren reingehauen. Das könnt ihr mal verteilen auf die Tage. Und 20.000 Quellen in einer Gesundheitsstudie zitiert. Und ohne Wertung. Das Warum interessiert mich überhaupt nicht, sondern nur eine Bestandsaufnahme, dass fünf bis zehn Prozent stark durch Covid, durch Impfungen, durch verzögerte Operationen, alle möglichen Sachen, aber definitiv nicht der Klimawandel, dass fünf Prozent der Bevölkerung körperlich und geistig lidiert sind in der Leistungskategorie 16 bis 64 Jahren. Basis dieser Daten sind erstklassige Daten aus dem US-Militärwesen, aus den USA, aus Deutschland und vor allem aus England. Das ist überhaupt kein, ich stelle mich jeder Diskussion mit jedem zu diesem Thema und der wird dabei schlecht aussehen. Wir haben in Deutschland, das stimmt nicht ganz, 2000, das ist 2020, Krankheitstage plus zwei, plus 150 Prozent. In einer Rezession, wir sind jetzt ins zweite Jahr, das werden wir abschließen, der Rezession. Und die werden auch viel brutaler, wenn wir nicht etliche Millionen Leute aufgenommen haben, die natürlich auch eine Wirtschaftskraft erzeugen, aber auch gewisse Lücken im Immobilienbereich schließen und so weiter. Das ist plus, das ist so Biden-Betugseconomics. Wir haben das vierte Jahr alles unerklärt. Ich liebe was, wenn es nicht erklärt ist. Dann bedeutet das immer Gewinnmarge für mich. Weil ich weiß, Übersterblichkeit im vierten Jahr nicht erklärt. Private Krankenkassen, wenn ihr in der gesetzlichen Seite merkt, ihr das auch merkt. Enorme Preiserhöhungen, Durchschnitt war 18 Prozent jetzt und geht auf Werte von 30 Prozent. Das ist ein sogenannter, in dieser, genauso wie die Pflegekalkulation, wer Pflege beansprucht, da war die Erwartung 50.000. Es war aber dann Faktor 7. 350.000. Ich liebe Sigma 2, Sigma 3, da passiert immer was. Das hat eine hohe Aussagekraft. Explosion psychologischer, so wie Geschlechtskrankheiten, ein unschönes Thema. Hilft auch nicht der Wirtschaft. Geburtenrad-Explosion der Totgeburten. Lasst uns einfach ein bisschen aus diesem Sumpf rausgehen. Aber solche Informationen fließen ein. Auch bei Warren Buffett, der ab, ich nehme an, so ein richtig primitives Wort in den Mund, wenn ihr das versteht, der abgewichsteste Investor weltweit und der reichste. Weil er über seinen Versicherungsverein und sein Informationsnetzwerk, und das ist das A und O der Performance, der Informationshandel und das Informationsnetzwerk, weil durch Informationen erschafft man sich Vorteile, wenn man denken kann. Und der hat nicht 300 Milliarden in Cash gerade, sondern er hat 470 Milliarden, weil seine Versicherungsprämien liegen auch in Cash. Und der hat Anleihen übrigens. Und der hat auch diese Daten. Er redet nur nicht drüber. Ich rede drüber, weil ich mich irgendwann mal aus dem Hardcore-Merkantilismus entzogen habe. Musk redet über das größte Problem, was uns konfrontiert, ist nicht die Überbevölkerung, sondern die Entvölkerung in der westlichen Welt der Leistungsträger. Leistungsträger, ihr seid Leistungsträger. Oder ihr habt zumindest die Aussicht, Leistungsträger zu sein. Das bedeutet doch glasklar, eine kranke Bevölkerung, zunehmend eine kranke Bevölkerung, wird nicht so produktiv sein und es ist ein Flatlining der Umsätze. Jeder, der schon mal einen Barwert, a percent value kalkuliert hat, der weiß doch, dass diese Modelle 10, 20 Jahre laufen. Die Modelle sind etwas fragwürdig und Rezessions- und Stabilitationsrisiken und Verfallrisiken sind in diesem Modell, ratet mal, nicht abgebildet. Wir sind im All-Time-High. Ob man Schiller-KGV nimmt, ob man das Warren-Buffett-Ratio nimmt, ob man das Q-Ratio nimmt, das ist eine hohe Gefahrenzone. Und wieder einmal hat Buffett die höchste Cashquote unter aller wesentlichen Long-Only-Teilnehmer, aber er ist auch ein Total Return Investor, weil er sagt sich, ich möchte mir diesen ganzen Short-Kram nicht antun, weil das ist doppelte Arbeit. Ich muss Longs finden und Shorts finden, das ist doppelte Arbeit, das ist stressig. Aber ich gleiche das aus, dass ich zuschlagen kann, wenn die Werte wieder fair bewertet sind oder günstig sind. Und wir haben ein 1914-artiges Umfeld. Die Probleme im Mittleren Osten, die hatte man damals im Maghreb. Die Probleme in der Ukraine hatte man damals in Balkanländern. Natürlich gab es schon Stress im fernen Osten. Die Geschichte wiederholt sich nicht unbedingt perfekt, aber sie reimt sich und daraus kann man Investmentschlüsse ziehen und muss man. Und wer meint, dass Sanktionierung, Bipolarität keinen Einfluss auf die Unternehmenserträge hat, der hat sich die letzten Sanktionen gegen die chinesischen Produzenten, Exporteure nicht angeschaut, auf EU-Level und auf US-Level. Weil die US-Unternehmen, im S&P 500, erzielen 32% ihrer Gewinne außerhalb der USA und beim DAX ist es noch draconischer. 60%. Und wer meint, dass Gewinnen nichts mit Bewertung zu tun hat, der sollte jetzt aktuell den Raum verlassen. Weil da ist jedes Wort zu viel, was ich hier sage. Dann haben wir KI-Redundanz. Damit beschäftige ich mich seit sage und schreibe eigentlich, ich untertreibe gerade fast fünf Dekaden, aber wirklich intensiv vier. Dekaden des Wortes gab es gar nicht, das Konzept gab es gar nicht. Aber wir haben Big Tech Layoffs, die sich gewaschen haben und wir haben zeitgleich Rekord, absolute Rekord Investments in KI. Ist das korreliert? Ich lasse es jetzt hier in diesem Raum stehen, weil Ursache und Wirkung ist nicht immer dasselbe und Korrelationen gibt es endlos viele, aber ich möchte darüber nachdenken. Und warum dieser Total Return Ansatz, nicht nur statistisch durch den Hedgefund Index, warum der so irre erfolgreich ist, das manifestiert Warren Buffett im besten Beispiel bei Long Only, aber George Soros, Stan Druckenmiller, alle Leute, die ich mal recht gut kannte, Jim Rogers, mit dem ich immer noch in Kontakt bin, das entspricht Bände. Warum ist das nicht auf dem Lehrplan? Warum habt ihr keine Short-Ausbildung? Warum habt ihr keine Total Return-Ausbildung? Ist das jetzt alles Zufall oder logisch, dass hier so ein kleines Sammelsurium, das sind nicht die Vermögen dieser Leute, das sind die Jahresverdienste, 2,8 Billionen, irgendwo ist da unten so ein ganz großer Loser mit nur 180 Millionen Verdienst im Jahr. Es gab wirklich bei mir 30 Millionen Tage, also da habe ich 30 Millionen am Tag verdient. Das ist ziemlich entspannt, war nicht einmal. Ist es Zufall oder ist es logisch? Glaubt ihr, dass dem jemand, irgendein Investor irgendwas verschenkt an der Wall Street? Das ist leistungsbasiert. Und sie haben alles, allesamt, originäre Research-Ansätze entwickelt. Das sind die Gurus, das sind die Meister. Und was ist es? Ich bin ja so froh, dass ich in 25 Minuten jetzt, worauf soll ich das beurachten? Das klappt ja super. Dass ich in 25 Minuten euch mal so einen Einblick in die Hedgefonds-Welt geben kann, in die Total Return-Welt und nachher in die zweite Dimension gehe. Die zweite Dimension ist mir mit im Alter wenigen Tagen, in diesem Wochenende, durch 65, die zweite Dimension interessiert mich, weil ich die erste Dimension komplett internalisiert, externalisiert und kommerzialisiert habe. Also das Chancen-Risiko-Feld ist aus meiner Sicht bei jedem Investment sollte 3 zu 1 sein. Ist doch logisch, oder? Ansonsten bist du ein Casino-Spieler oder so ein Krypto-Spekulant. Das ist ganz schwer zu berechnen bei Krypto übrigens, obwohl ich ja irgendwo ein Krypto-Fan bin. Ich gehe ins Casino, da sind drei schwarze Felder und ein rotes und irgendwie schaffe ich das immer auf die drei schwarzen zu wetten. Wenn ich das hunderte Male mache, tausende Male mache, dann wisst ihr, dass das funktioniert. Und dasselbe mache ich bei den Shorts. Und von Differenz wurde ich Milliardär. Ja, ich wurde durch die Differenz Milliardär, ganz einfach. Und das Kernprinzip und dann bist du eigentlich immer auf dem richtigen Trip, du kriegst zwischendurch mal auf die Schnauze. Wie geil ist das? Wenn ich die Wertschöpfe habe, also Qualität zu fairen, das müssen natürlich mal günstige Preise sein, fairen Preise und diese Wertzerstörer, das sind die Unternehmen hochverschuldet, oft sehr zügig, horrende Eigenkapitalrenditen, schorte. über Jahrzehnte und Jahrhunderte geht das auseinander. Und warum soll ich das machen? Warum soll ich nicht nur auf die Bühne setzen? Weil es miese Phasen gibt, da komme ich gleich drauf zu sprechen, wo ich gar nichts verdiene, wo ich richtig Geld verliere. Ich hasse Geld verlieren, weil es gibt nur zwei Warren Buffett-Regeln. Verliere nicht überproportional Geld. Und die zweite Regel ist, achte auf die erste. Weil wenn du 50% verballert hast, brauchst du 100% ein Pari zu machen. Das ist echt sportlich und viele gehen dann Risiken ein, verliehen die anderen 50% dann auch noch. Averaging Down ist teilweise lebensmüde. Und jetzt geht es wieder in eure Richtung. Das Marktumfeld, das ist eigentlich die zweite Dimension. Die erste Dimension ist so die Toolbox. Ich komme nachher auch in Beispiele. Das Marktumfeld ist eigentlich super. Also mein Vermögen entstand in Krisen. Das ist ja auch klar. Die Kurse fallen 2,7 mal schneller, als sie steigen. Ich meine, das ist eine geile Rendite, wenn man sich die Zeit rechnet. Ihr könnt innovativ sein, ihr könnt klein sein, ihr könnt gut gebacked sein. Ihr habt keine Altlasten. Das gilt auch generativ. Was für Altlasten bringen die Babywurme? Die haben wir euch überhaupt nicht verstanden. Und was es eigentlich geht, dass ihr euch frei macht von diesen ganzen Fesseln und diesen blödsinnigen Ellbogen rumhampeln, dass ihr mal miteinander abhängt, dass ihr eine Community habt. Viele Communities übrigens. Also, vieles was alt ist, nicht alles, aber vieles was alt ist, ist verkrüstet, es ist lädiert, es ist belastet und technologisch echt hinter dem Mond. Und da ein Startup diese Altlasten nicht mitbringt, ich sage nur, ja, deutsche Banken, dann kann derjenige, der etwas dynamischer ist, sogar die Banken und Finanzlandschaft verändern. Siehe, Interactive Broker oder viele andere Beispiele. Ja, what's in it for me? Das ist, wie gesagt, ihr auch hier zahlt echt Geld. Apropos Preisfindung von Professor Fasnacht, wenn ich echt nicht weiß, wie ich einen Preis gestalten muss, hole ich mir das bei meiner Wirtschaftsbülle noch mal raus und sage, naja, okay, das hatte ich echt vergessen und das ist KI updatet. Die Preisfindung ist super. Hier, ich glaube, das kostet 85 Euro, Motherfucker. Das ist echt viel, ja, weil, was mir auch an euch gefällt, ihr seid nicht alle verwahrloste, Erben, Schnösel und ihr seid ziemlich international. Auch ein Grund, warum ich gerne hier bin. Da seht ihr ja eure eigenen Geschichten hier. Ja, Flixbus ist auch ein perfektes Beispiel, wenn die Bahn nicht performt. So parallelen. Also, was ihr macht, was eure Uni steht, auf meiner Lichtseite, sage ich mal, nicht auf meiner Schattenseite, das habe ich selber vorgelebt. Ich bin, das ist jetzt, ich bin wirklich, das ist ja das Schöne an der WHO, sie ist recht angewandt, sonst hätte der auch nicht so eine Sache hier, wie heute. Und, da ist Matchnet drin, da wurde mir gesagt, das geht nicht. Es geht einfach nicht. Dating Services im Internet ist was für Pädophile, das ist was für Sexualstraftäter, Vergewaltiger, und so weiter und so weiter. Das war der erste Börsengang eines Dating-Konzerns mit der BHF-Bank in Frankfurt. Hat mich 300.000 gekostet, 30 Prozent wurden 120 Millionen, weil anscheinend werden wir sich doch über solche Plattformen heute kennen. Und Nasdaq ging auch nicht, weil das Durchschnittsalter eines Börsengangs in Deutschland war 54 Jahre. Was geht denn da in die Börse? Pferdekutschenhersteller? Okay, und die Deutschen waren aber Zocker. Wenn man auf Warns ging und Optionen ging und Schweinebeuchte und sowas absolut komisches Zeugs, da haben die Deutschen spekuliert wie die Geisteskranken. Und da sagte er mir, ey Nasdaq neuer Markt, das wird funktionieren. König der Leerverkäufer wurde ich dann aber später aus einem anderen Grund und habe auch zweimal aus 25.000 D-Mark, also auch den Kapitalansatz, ich kann nur reich werden mit Kapitalansatz, Bullshit. 25.000 D-Mark auf eine Milliarde D-Mark Unternehmen, 100.000 Euro auf eine Milliarde Euro Unternehmen, Frankfurter Börse, Londoner Börse. Habt das Mut und das Wissen anders zu sein. Traut euch was? Die Uni spricht doch dafür. Das Netzwerk ist auch gut, was ihr habt. Und Vorhersagen, also ich finde es immer gut, wenn ich dann kommentiert werde von anderen Leuten, aber ich hatte den Wirecard Absturz perfekt getimt, auf dem Version TV schon erklärt und dann noch später nochmal etwas genauer dekliniert. Wisst ihr, was passiert ist, Evergrande war kein Zufall, short in unserem Börsenbriefportfolio, das ist going to zero, das ist so die Goldmedaille der Leerverkäufer. Volkswagen zuletzt, wollte auch keiner wissen glauben, da fingen wir aber schon an, ich glaube, es war bei 200 um die 200 zu shorten. Ist doch klar, wenn wir eine Aufreibung haben, eine Sanktionswelle, da gibt es fast nur Verlierer und wenige Gewinner, eher in den neutralen Standorten, Volkswagen. Ciao. Und das haben wir dagegen gestellt aus der Gesundheitsstudie natürlich, die Werte, die sich mit Turbokrebs beschäftigen, mit psychologischen Schwierigkeiten, mit Blutschwierigkeiten, Herzschwierigkeiten, also das ist der Basket, der hat auch recht schnell, und wir dagegen gestellt haben wir Volkswagen. Dasselbe bei RTL und Disney, RTL eher schwierig positioniert, keine richtigen Payment Services oder andere Sachen oder Filmplattformen, auch gut schnell, 30 Prozent. Gold seit Jahren auf unserer Liste, genauso wie die Pharma-Werte. schöne Performance. Diese Idiotie, mich als Crash-Prophet zu bezeichnen, zeigt nur, dass man die Materie nicht versteht. Wir waren streckenweise 70 Prozent long und in sieben Jahren waren wir, glaube ich, nur zweimal short, net short. Also die meiste Zeit long natürlich, weil es entwickelt sich ja irgendwas. Deutsche Bank, JP Morgan, so oft auf YouTube erzählt. Das ist auch ein geiles Delta in neun Jahren, also bald zehn Jahre. Das eine Ding steigt zu 350 Prozent, das andere fällt 50 Prozent von 350 Prozent. Er wird sich an eine ganz gute Rendite. Was auch geil ist, ich kann gut nachts schlafen, weil ein Hedgefondsmanager ist sowieso schon durchgeknallt. Wer nimmt sich freiwillig so einen Job? Kein Mensch kommt in die Welt und sagt, ich werde Hedgefondsmanager. Und oh, fuck die Zeit. und wenn die Börsen fallen, fällt die Deutsche Bank sogar noch mehr, als die in der Regel, weil sie angeschlagen ist. Also ich kann gut schlafen, ich mache meine Kohle. Perfekt. Von wem wollt ihr eigentlich lernen? Ist euch eigentlich bewusst, dass Peter Thiel Hedgefondsmanager war? Ist euch eigentlich, und somit auch Elon Musk da ein tiefes, rundes Verständnis hat oder Jeff Bezos? Ich lerne nicht von ich mag schreien, ich möchte von denen lernen, die mehr wissen als ich. Tja, der Paradigmwechsel ist doch klar, was passiert, wenn in 44 Jahren, es kann, ich meine Sachen, es bricht das nächstes Jahr erst, also 45 Jahren, wenn 80 Prozent, mit 80 Prozent der Longs, ich geiles Geld verdiene und immer den Fett-Bailout habe, also meine Fehler werden von der Zentralbank korrigiert und 10 Prozent neutral und 10 Prozent gehen trotzdem auf für uns, also weil wir die Short-Kombinente haben, das gibt auch in dem wildesten Bullenmarkt Short-Möglichkeiten, das dreht auf 80 Prozent in der Stagflation und in der Rezession, in der Depression, vor allem in der Stagflation, werden 80 Prozent der Long-Title nicht performen, also reale Verluste, heftige, in der letzten großen Stagflation, 80 Prozent und übrigens, das vergisst man leicht, zwischen 2000 und 2012, da brauchte der S&P 500 und nicht mal nominal, ohne Inflationsbereinigung, zwölf Jahre, bis er wieder da oben ankam. Ja, dieses Paradoxum, das Paradoxon, wow, fuck, ich hatte eine Trophäenfrau, also ich sag mal eher so ein sehr ausgereiften wirtschaftlichen Verhaltensvertrag, ich bringe die Kohle und sie kann tanzen gehen. und Kids kamen auch noch dazu, aber ich war nicht glücklich. Echter Einzelkämpfer, ein richtiges Arschloch und wenn ihr mir Zünder gemacht habt, mir das Leben schwer gemacht habt, dann gab es das Vendetta-Register, weil alle Rechnungen müssen in dieser Welt beglichen werden, nur die Frage ist, wann? Krank. Und das stimmt übrigens, wer jeder, der sich mit solchen Studien beschäftigt, ist auch die Harvard Fünf-Generation-Studie, mittlerweile bald über 100 Jahre, der weiß, dass der Erfolg nicht unbedingt das Glück bringt. Und so ein Return aus menschlicher Sicht, das ist die wahre Dimension, weil ich kann aus der Farben sprechen und das ist der Link dazwischen, es ist die Eigenkapitalrendite. Eigenkapital, innerliche Rendite. Und das macht mich nass. Wet. Weil um die eigene Kapitalrendite, also das eine ist Erfolg, das andere, ich rede jetzt über Glück oder Realität, Gefühl. Das ist die Würde, die ich habe, also ich arbeite schwer dran an meiner Würde, weil ich war mal, ja, feindlicherweise Bordellbesitzer. Das hat auch einen guten Cashflow. Aber es ist würdelos. Versteht ihr mich? Es ist würdelos. Und wahrhaftig war ich auch nicht. Ich war ein Spieler. nur keine Informationen rausgeben, nur nichts teilen. Wenn ich schon früher über wirtschaftliche Sachen geredet habe, da war immer ein Agenda dabei. Ich kann mich noch erinnern, bei TUI, kennt ihr bestimmt den Reisekonzern, hatte ich so grob 2,9% aufgehört, long. War tatsächlich auch so in der Präsentation, hatte aber mein Handy noch in der Tasche und erklärte den Börsianern, dass wir hier eine unbequeme Position an der Börse anstreben. Wusste aber selber am Ticker an der deutschen Börse, dass der scheiß Kurs 30% stieg. What the fuck? Das war eigentlich mein Kursziel, 30, 50% durch aktivistische Maßnahmen. Ich klippe es in meinem Handy. Sell, TUI. Sell, 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 sell. All TUI. Am Ende des Tages 60, 70 Millionen mehr da. Das ist krank, Leute. Das ist nicht ehrlich. Und wet bedeutet für mich die Würde, wahrhaftig zu sein gegen wet. Ehrlich und treu mit Humor. Und jetzt kommt's im Inneren und zu sich selbst. Ihr werdet es nicht glauben. Aber es ist absolut sicher, diese Information. Die höchste Koaleration mit dem Glück beginnt und ist die Treue und die Ehrlichkeit zu sich selbst. ist, weil nur dann kann ich mit einer anderen Person und mit anderen Menschen, ihr seid halt diese Community, wenn ihr nicht ihr wärt, wäre das hier komplett trüffelvolle Säule gekippt. Ihr habt halt diesen enormen Vorteil, dass ihr die Schwächen der Eltern kennt und der Großeltern. Ich bin ja fast euer Großvater, wenn ich das mal so mathematisch berechne. Ihr müsst halt früh anfangen mit Kindern, aber es ginge. Und ich habe ein Live-Webinar zu Tode und Short zu legen. Ich werde auf die WAU, weil sie auch wirklich den Geist des Unternehmertums so verkörpert, mal zugehen, ob wir da nicht was machen können. das, weil ihr wirklich, ihr seid nicht, einige von euch kommen, sind sehr wohlhabend, haben sehr wohlhabend Background, aber ihr seid trotzdem wissensbegierig. Ihr tut euch das hier an, ihr könntet, ich hatte mal einen Vortrag in einer anderen deutschen Uni, das war so hohl, das hat mir so wehgetan, auch im Wirtschaftsbereich. Ich hatte wirklich gefragt, was ist die wichtigste Komponente, die nicht erwähnt wird und sie hat sechs Buchstaben, dass man sich auch in diesen Herausforderungen gut fühlt. Es ist wirklich ein schwieriges Umfeld. Viele theoretischen Sets denken an Selbstmord und enorme Selbstzweifel, aber dann sagte ich, er hat sechs Buchstaben. Dann sagt er eine Koks, der andere sagte sechs, dann sage ich, sechs Buchstaben. Ich hoffe, dass mir das hier nicht passieren würde, aber aus dem Publikum hat jemand sehr schnell Fasnacht erkannt und ich glaube, wenn ich euch den letzten Zusatz gegeben hätte, wären es 20 Hände hoch. Also danke, dass ihr mir zuhört. Es ist euer Leben, es ist eure Eigenkapitalrendite, das ist ja eure Eigenverantwortung, es ist eure eigene Ermächtigung und die Erfolgsformel kennt ihr doch sowieso, sonst wärt ihr nicht hier. Also, mille grazie. Gruß you have behind you and enough that because we don't have guys like you many in Germany I mean, this 2D idea is cool because it's also in your personal life upset out what you make out of that. So, and last point, thank you Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.